Ho ho ho, hallo hier ist die Anna aus der Guten Morgen Badenschau. Heute stehe ich auf dem Offenburger Weihnachtsmarkt und das ist für mich so ein bisschen Heimatfeeling. Und man sieht es glaube ich schon, was hier auf gar keinen Fall fehlen darf, ist die rund 600 Quadratmeter große Eislaufbahn. Das ist ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen, aber auch für die Großen ist hier jede Menge dabei. Allein schon der leckere Duft von Zimt Maroni Zuckermandeln. Super leckeres Essen, hat hier ganz viele Stände mit wärmendem Glühwein, also alles mögliche dabei. Und was ich auch sagen muss, was ich sehr gelungen finde, ist die Weihnachtsbeleuchtung und der Weihnachtsschmuck hier. Also zusammen mit diesen tollen Weihnachtsliedern kommt man hier wirklich garantiert in Weihnachtsstimmung. Ja, morgen schaue ich mal auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt vorbei, mal sehen, was der so zu bieten hat. Bis dann!